Das sind die Kandidaten für die Live-Shows 2022. Die Live-Shows sind nur komplett mit zehn Kandidaten. Deswegen hat die Jury eine Überraschung. Nächste Woche das Duell. Wer von den ausgeschiedenen Kandidaten sichert sich im großen Sing-Off den letzten Platz in den Top Ten? Schalten Sie ein nächsten Samstag, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020